herzlich willkommen zu einer neuen folge fallout 4 ja ich bin lieber bei boxen station oder so rockstar die heißt anders jetzt vergessen wie der scheiß heißt bei der station und mal schauen was sie gibt ich lauf gerade durchs kamen der wahl ist aus dem weg läuft und plöden da ganz viel blinder ganz viel darüber ja da blutsack das ist auch ein depp das habe ich das schöne Die Hälfte davon esse ich ja selber, du Idiot. Schau mal, ist das West Ruxbury Station? Ja, das wollte ich vorhin sagen. Da gehe ich gleich rein, komm. Mal schauen, was da abgeht. Was es da zu tun gibt. Ich wäre vorher, ihr geht in die U-Bahn, da ist so ein Kopf. Da würde ich mich denken, oh oh. Das wäre mir nicht so willkommen. Nein. Bitte treten Sie uns vor den Süden, um Verzöpterungen zu vermeiden. Boah, leck. Was macht denn der auf einmal hier? Wie geht's? Zu lustig. blödes ding 2 kronkorken dafür bauen die müssen noch kranke falle das gute ist ja kein schein gemacht schlecht ist ja mehr schreck einsteiger ja das drogen hat das nicht gefallen ist ein blöder idiot was soll ich dann aufgesammelt was das pro snap kamera recht was war da schimmeliges essen das könnt ihr schön behalten ja von der anderen seite festgekettet wird sie ergeben wenn ich es könnte da das essen das geräusch da was das laden laser gewähren der scheiß drauf was hast du schönes gehabt gehabt nichts weltbewegendes hier Prozent was da Kurschkoller Flasche schon auf die Leute hallo ist hier jemand oh mein hier komm ich was ist das Schnauze da ist noch ein Knopf zum drücken ich mach Knöpfe zum drücken toll jetzt wird mir einiges klar kann da durchgehen dann strong verpiss dich kann ich hier durchgehen und dann stopp blöde viecher kack insekten k das ist der falsche weg dann gehen wir in die mitte blöde blöde schale ist sie gut jawohl blöde habe ich das letzte gelöst das glaube ich nicht kollege doch vielleicht irgendwann wenn ich tot bin cool ein experten save locker habe ich doch gesagt locker habe ich doch gesagt locker man äh lala Telefon das haben wir hier ein Terminal wahrscheinlich für ein save oder Terminal Wartung in der West Ruxbury Station findet im Oktober routinemäßige Wartungsarbeit statt Start der Züge verkehren bis zum 1.11.1977 in den Stoßzeiten Busse bis dahin bleibt die Station geschlossen Personalmitteilung bitte beachten sie dass mehrere Wartungszentren der West Ruxbury Station eingerichtet wurden um Diagnosen bei der Einschienenbahn vorzunehmen diese Einrichtungen bleiben bis auf weiteres bestehen bitte halten sie sich von dieser Station fern falls sie keine entsprechende Autorisierung besitzen okay die soll hier weg bleiben weil warum der wollte ihnen Geld geben und der wollte dafür Drogen geben aha Toll das hat sehr gelohnt nicht auf denn wenn du du das du Aha. Es geht weiter, jawohl. Nix bleibt von mir versteckt. Nix. Jetzt zaube ich mir ein bisschen Fleisch rein, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Ähm. Irgendwas, was keine Radioaktivität bringt. Das da ist gut. Eins, zwei, drei, passt. Das da ist gut. Stirb, 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 stirb. Weg hier, weg hier, weg hier. Eins, zwei, plus drei auf alle Werte, wenn du 25 Gesundheit oder weniger hast. Toll. Wer ist da auch, der wäre geil. Sagte ich mir, ja Mann, ich habe was echt Geiles gefunden und dann doch nicht. Okay. Gibt es hier was Besonderes? Ich meine, das Rätsel war schon nicht ohne. Hallo? Ist das was? Ist das was? Hallo? Was ist das? Wir hängen deine Eingeweide um den Hals. Stirb. Hä? Ja. Du, sei ein super Mutant. ok andere menschen tod werden keine weile idiot so wo ist deine kleidung ein schneidbrett ich habe ein schneidbrett gefunden jawohl irgendeine belohnung muss jedoch sein da geht es raus jawohl das war's von der station da war leider nichts besonderes in der station hat mich zwar gefreut aber leider nein nur scheiße jetzt gehen wir mal zu felons felons jaja fleisch jawohl kaufhaus jawohl gehen wir shoppen kaufhaus k da oh man wie einladen das gleich aussieht hier wo ist hier jemand wo ist hier jemand hallo bedienung wo ist das irgendjemand schießt kaufhaus 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 der es erhitzt aufgepasst 87 85? Okay, wir schmeißen den Scheiß jetzt weg. Superhammer ablegen, jawohl. Was ist denn der Supermarkt? Gefällt mir. Mal jetzt Stock für Stock durch. Geld, Geld, Geld. Knapp. Was passiert da? Ich weiß nicht was, aber... Was passiert da? So nicht, so nicht. Vielleicht so? Nein, nein. Bisschen so, bisschen so. Jawohl. Schön. Strong, halt doch einmal die Fresse ohne Scheiß. Du gehst mir auf die Nerven. Was soll ich machen, dass ihr mich macht? Ich muss Leute abfressen, das weiß ich. Wozu muss ich mit Leuten reden, die ich abfressen kann? Kann ich mir ein paar Drogen herstellen? Leuchtendes Blutpaket. Ah! Fälle ins Lagerschlüssel? Aha. Hey, Gumpel. Geht's dir gut? Das gefällt mir. Richtig nice hier. Okay, dann gehen wir in den ersten Stock. Also ein Erdgeschoss. Keller ist leer. Kuckuck. Kuckuck. Die machen mir halt ganz schön viel Schaden. Ich darf nicht einfach so stehen bleiben wie so ein Idiot. Oh. Ah! Du Fenner da oben Guck her jetzt Okay, noch mehr Alles klar Ich werde mir die Flange verprügeln Jawohl Wohl werde ich mir die Flange verprügeln Geschafft Armer Verkäufer Das ist aber nicht nett So was zu sagen Hör halt auf Ja Sehr schön Wo füllt mich der Weg hier hin? Raus oder was? Was ist das? Kamera, okay Was ist da? Nicht sehr gut Was ist das? Ich höre Zeug Das gar nicht da sein Über mir ist da wo einer, oder? Muss ich jetzt Ähm Du Idiot mein kumpel ist so in der kampfgewehr 75 sie mal an jetzt haben wir das selbe so sei mal scharfschutzgewehr kollege 200 weg damit gibt es hier was schönes irgendwas zu glauben dann gehen wir beim ersten stock irgendwo ist noch jemand über mir dumm bist ja ja ha ok da ist ein toter raider auch noch dabei nicht nur super mutter sind auch radar unterwegs gewesen hier mal irgendwann ich höre zeug das gar nicht da sein ja man schuss und tod noch eine noch eine das war ja auch eine zeichnung und über klo das los legendäre red kakerlack werte getötet wenn ich es nicht wahr gewicht drei kann ich mitnehmen jawohl jetzt hier den fallschaden um die hälfte 50 prozent 150 schadensresistenz beim nachladen 400 was hat denn der da ein toaster ein toaster sich gegrillt mit toaster das leben hat keinen sinn mehr und dann okay das war eine schöne batausstellung nur mitarbeiter okay ich bin mitarbeiter wie schön so immer hält call 2 hol 1 das will ich nicht aktivieren passt schon lange ich werde mal in dieser mitarbeiterkammer die folge hallo ich verstecke hier gerade ja ich bin hier mal die folge in der nächsten folge machen wir das kaufhaus zu ende und viele weitere tolle sachen also schaltet ein ciao